hallo liebe freunde was geht jetzt willkommen zu wieder auf meinem kanal wie schon heute ein bisschen fans chaos auf komme und ja ich habe jetzt ein bisschen zu wenig zeit um ein besseres video aufzählen also sagen wir so ich bin so ein typ der generell ist am letzten drücker macht das heißt kommen kriegen wir da und ich hätte noch die letzten tage zeit dafür nehmen können habe es aber nicht gedacht das schaffe ich auch an einem und jetzt habe ich nur mal eine stunde zeit bitte gedauern ist so ein bisschen langweilig kann man aber nichts machen es tut mir dann sehr sehr leid ich hätte mal einmal in meinem leben ein tnt boost probieren nicht bis jetzt noch nie geschafft habe was hat er so abgeht so am tschi geschafft sehr gut also diese seine keine grunde was auf uns zukommt weil es nichts besonderes extrem scheiße langweilig aber ich wollte unbedingt ein video bringen dann dachte ich mir jo ist einfach irgendetwas ist halt crap aber ja auf mich zu erschrecken mit erschrecken geht schon zum zweiten mal hilfe 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 sonst können wir gerne in die kommentare schreiben wenn wir Lust auf ein frage antworten video habt also sagen wir so wir machen jetzt einfach ein frage antworten video auf jeden fall das heißt ihr könnt mir jetzt gerne fragen in die kommentare stellen am besten mehrere das heißt aber bitte in einzelnen kommentare das ist besser werden dann wäre es besser fürs video ja also einfach ein paar fragen da können sie dir fragen einschreiben außer tobi du darfst keine reinschreiben also das siehst so leute die sich wunderfalls nicht mehr streame ja ich weiß nicht ich habe irgendwie bin ich nicht so der streamer typ würde ich sagen sondern mehr der video typ war auch ziemlich gute reise kommentare dabei und ich glaube dass man streamen nicht so liegt bittee tot 2 die runde und let's go ich weiß ihr vermisst schon das asmr das grausame ich habe mir überlegt dass ich auch bald ein asmr video mache für euch was richtig abfuck wird ja kommt dann vielleicht die nächsten fünf jahren irgendwann mal zu werden auch raten beim thema streamen ich bin einfach nicht einen titel streamen ich weiß denn ich würde sagen es ist dann wirkt dann irgendwie zumindest bei mir einfach genauso genau einfach langweilig ist da schon wieder veranstaltet sind sie mein gegner ich hab ich will nicht sterben ich will nicht ich will nicht so let's go runde nummer drei oder fünf keine ahnung ich kann nicht zählen let's go aufnahme juhu bitte eine perle komm an ich liebe dich nein 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 jetzt kann man richtig eine runde spielen das ist mal das mal was anderes so so enderbelle richtig gut geschnissen jetzt go das ist die keine ahnung ist die nachhinein runde let's go let's go let's go let's go let's go let's go ähm wo ist ein gegner hi ich brauch schon einen gegner let's go someone to clean up and tame oh some things never change never change oh you think i would be great let's go let's go oh come Come get bab got crazy like hit get like it let's go let's go let's go come let's go come get down hee 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 Richard there hee 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 gg ł so leute das war es hier mit dem video ich hoffe es hat es nicht gefallen, dass du dich gerne deswegen unter anderem, wir sagen haut rein stellt gerne eure FAQ Fragen hinein das würde mich sehr sehr freuen für das nächste Video immer 19 Uhr oder Montag, vielleicht manchmal Montag eigentlich immer, aber pscht wir sagen haut rein, viel Spaß, habt einen schönen Tag oder auch nicht haut rein bis zum nächsten Mal, tschüss Outro